Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Stadt ist auf der Karte. Die Stadt ist auf der Karte. Die Stadt ist auf der Karte. Der Kurs, der Gründe, der Deutschmann Robert, der Geschenk-Dick, der Hand wurde. Der Kurs, der Gründe, der Sieg, der Dr. Eindrück, der Grund, der Gründe, der Gründe, der Gründe, der Gründe, der Gründe. Und die Karte sind dabei, die Hände ist in einer Rundfahrer. Und die Hände sind an einem Fahrrad, die Hände sind dabei, die Hände sind dabei. Das andere Tische. Eigentlich ist es da ausserlich schon weit gleich nach 100 Punkte. Ja ja. Jetzt bleiben wir gleich an, die Stimme drauf. Jawohl. Peter, was seht ihr mit dem Kollegen da? Ich treffe den Schwäzchen. Ah Gott. Ich höre genau viel an, das sind die anderen. Also zusammenheben. Jawohl. Das hat aber schon nicht schlecht ausgeschaut. Ich muss doch gerne, bitte. Ich muss doch gerne, bitte. Es macht uns geht nichts, wenn wir da stehen bleiben. Uns ist das gleich. Wir wollen nicht bauen. Wo ist dein Name? Wo bist du? Hallo. Jetzt ein bisschen tiefer, langsamer. Sonst kommt er nicht auf einen langsamen Verbeiglug. Der Wetter. Der Wetter. Nein, nicht. Er hat sie nicht draußen. Aber es ist tief. Der Wetter. 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 Ja, aber ich bin nicht entschuldig. Oh, ich habe mir voll mit Tränen hier. Wieso nicht? Das ist gut, ja. Aber es ist immer noch nicht los, es ist immer noch ein langsamer Tritt. So, der Anblick von unserer EU-Kontenseite. Wir müssen persönlich nicht mehr von dieser Seite kommen. Ja, es ist eng, aber wir müssen auch genau herkommen. Also das ist der Start, der geht zuerst hier oben. Jetzt schauen wir, dass der Becker reinkommt. Und dann ziehen wir ihn noch mal runter. Und wenn er rauskommt und gut zuschauen, dann macht er den Spick. Jetzt hat der Becker schon. Aber ich habe keine Nassenkorn. Nicht schlecht, wirklich. Die Ausgaben ist auf der Analyse. Das ist ein Analyse, das ich richtig lache. Die Ausgaben ist wirklich gut. Can ich Sie mal so ein Analyse? Ja, ich Sie bitte, ich brauche. Das ist so! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020